Die Welt ist ein Trauerspiel, aber zum Glück gibt es ja uns. Also, damit das vielleicht ein bisschen besser wird. Man weiß es nicht. Hallo, Basti. Hallo, Mirko. Hi. Willkommen, Freunde. Willkommen in einer Welt voller blöder Sprüche und Portale. Ja. Wir schmeißen quasi die Sprüche in die Portale. Genau, wir schmeißen die Sprüche in die Portale und auf der anderen Seite kommt da was noch Schlimmeres bei raus. Das ist wie wenn man eine Wurst herstellt. Oben kommt das Tier rein und am Ende hat man sowas in der Pelle. Ja, das stimmt. Ähnlich geht es euch, auch wenn ihr die Videos hier schaut. Genau, das ist wie mit euren Nuren. Am Anfang seid ihr noch heile und am Ende arme Würstchen. Matsch in einer Pelle seid ihr dann. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ja. Wir spielen heute wieder Hakuna Matata und zwar die dritte Map von dem Dr. Fauli. Weil wir total kreativ sind, ja. Genau, nee, aber wir haben uns halt gedacht, die ersten zwei waren ja gut, wieso nicht auch noch die dritte? Ich kann mich da ehrlich gesagt kaum noch dran erinnern, das ist schon so lange her. Ich kann mich auch kaum noch dran erinnern, ich weiß nur noch, dass es einigermaßen okay war. Ja, wir haben sie gespielt. Genau, richtig. Das weiß ich noch. Und ich wüsste es noch, wenn ich mich darüber aufgeregt hätte. Vermutlich. Da bin ich mir sicher. Ja. Gut, wir sind auf jeden Fall wieder da, dieses Wochenende zumindest. Mal gucken, wie es nächstes Wochenende aussieht. Ja, es ist ein bisschen schwierig gerade wegen lautstärkulären Belästigungen. Nicht bei mir, sondern der andere da ist schuld. Genau, hier bei mir ist einfach momentan viel Krach und so und deswegen kann ich nur schwierig aufnehmen, allgemein. Aber was soll's, wir kriegen es jetzt hin diesmal und ich könnte sagen, wir schmeißen uns einfach rein hier oder wie oder was? Aber mit Schwung, du. So wat von. Jo. Wie so ein Diskus. Ich übertreib mal nicht. Hammer werfen vielleicht? Speer? Hallo, ich will aufs Spielen klicken, hör mal auf. Achso, klickt doch. Entschuldigung, Mann, Alter. Neee. Wee, 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 wee. Hallo, 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 Nachbar. Hallo. Bonks, 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 okay. Wir fangen mal an. Genau. Ist hier ein offensichtlicher Schalter, den wir übersehen können? Jein, aber ich höre gerade wieder meinen Nachbarn. Das ist der Grund, weswegen wir keine Folgen bringen können. Ich höre nichts, der Spielsound ist zu laut. Gut, sehr gut. Das finde ich gut. Hier können wir uns beschleunigen. Springen wir da rein, mein Freund. Können wir das? Schubst du mich dann da hoch? Nee, nee, nee. Ach, da beschleunigen. Ah, ich verstehe. Jetzt muss ich gleich reagieren. Oh, ach nee, muss ich gar nicht. Ich brauche einen Würfel. Achso, okay, gut. Dann wissen wir schon, was da los ist. Vielen Dank auch. Ui, toll. Gut, dann würde ich einfach mal sagen. Thomas, du gehst ja noch mal, komm, geh noch mal. Nee, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das geht ja außerdem gar nicht. Oh, da oben ist offen. Okay, okay, okay. Oh, kommen wir da oben hin? Da so. Da kommen wir wahrscheinlich noch nicht hin, ne? Da brauchen wir Schwung hier. Da so. Genau, das Problem ist halt derjenige, der hier, verstehst du? Das funktioniert halt nicht. Das stimmt, das geht nicht. Das ist vollkommen richtig. Wir brauchen also erstmal einen Würfel, der sich dann... Boah, ja doch, das geht, klar. Stellst du... Einer stellt sich da drauf. Äh... Äh... Und macht da die Portale. Ja. So. Äh, na klar, und dann... Der andere macht da jetzt eins. Und dann fällt er durch und macht dann irgendwann im richtigen Moment da unten dann halt eins. Dann gibt's Schwung. Korrektemente. Schwung bis Weihnachten. Und das ist noch eine Weile hin. Bist du Franzose? Ja. No, 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 no. No. Bucket. Ist ein Würfel, aber ach so, du kannst jetzt da unten hingehen und mal drücken. Boing. Ich habe einen Würfel in die Hand. Ja, schön. Finde ich gut, das heißt... Was denn? Was? Bitte? Sprich weiter. Es ist eine Audio-Animationsfolge hier. Natürlich. Okay, gut, dann... Ja, okay. Du musst den Würfel auch mitnehmen vielleicht. Ja, gib ihn mir. Hä? Oh. Äh, da, ne? Oh. Jupp. Das ist schön, das finde ich gut. Ich höre es klopfen. Da will jemand rein. Ja, tatsächlich. Da will tatsächlich jemand bei mir rein, glaube ich. Oh. Das ist echt schön. Wir haben echt... Wirklich, bis vorhin ging es echt klar. Und ich habe noch zu Rami gesagt, ey, hoffentlich kommt der nichts ins Zimmer über mir. Jetzt hockt er über mir. Das ist, als ob er auf meinen Kopf hämmern würde. Aber gut, was wir jetzt machen? Wir machen das jetzt so... Was ist eigentlich passiert? Da ist nichts dran zu machen. Weiß ich nicht. Achso, doch hier ist ein Schalter. Achso, wir brauchen noch einen Würfel. Ja. Das Problem ist, wir brauchen halt noch einen Würfel. Genau, das ist ein Problem. Äh, da scheinen mir noch einer zu sein. Allerdings... Oh. Ich hätte es geschafft. Hättest du nicht gegen mich gelaufen. Du hast keine 6-Meilen-Stiefel. Natürlich. Nein. Warte, ich komme hier durch. Wo? Ich komme hier durch. Ich komme... Verdammt. Das muss ein... Achso. Ja. Ich wollte auch mal sterben. Und ich drücke ständig zweimal nach vorne, um zu sprinten, aber es geht nicht. Ja, leider nein. Ich drücke die ganze Zeit Shift, seltsamerweise. Total gekloppt. Ähm... Ähm... Soweit ich mich entsinne, waren da nur zwei Vorrichtungen für Würfel. Ja, aber das... Ja, aber das... Wir können ja... Wir können ja mal gucken. Besser als wenn wir nicht... Äh... Nicht gucken und dann verzweifeln wir, weil hier nichts mehr zu machen ist. Das wäre nämlich echt unsinnig. So, nee, stimmt nicht. Wir müssen hier beide hoch. Müssen wir beide hoch? Oh, ja. Kannst du ein Portal irgendwo hin klatschen? Wie soll denn das gehen an der Stelle? Und hier kriegen wir den Würfel. Wir können hier in diesem Portal hin klatschen. Aber ich könnte... Nein, doch nicht. Ich hätte keinen Schwung. Doch, wir können den Würfel. Wir können den Würfel nehmen. Weil er oben ist. Geschickte, geschickte. Oh, das braucht gar nicht draufstehen. Ding, 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 ding. Wupp. Das ist einfach schlau von dir. Danke. Das ist... Ich bin ein wenig beeindruckt. Denn auch nur sehr wenig. So. Äh... Müsstest du vielleicht... Nein, ist eigentlich doch... Du kannst das erst... Du kannst es jetzt erst mal machen. Ups. So. Dann komm ich jetzt hierher. Dann machst du da auf die Schräge. Und dann machst du hier unten eins hin. Erst auf die Schräge. Ja, und zack. Hui. Okay. Hallo. Warte, warte. Äh. Toll, du bist schon viel. Na genau, geht zurück ins Sichtfeld. Ich bin nicht so schnell. Hallo. Hallo. Haha. So. Ey, du darfst mich auf den Arsch gucken. Ja, ich habe ja auch nicht geguckt. Ich habe nur angefasst. Okay, jetzt ist da der Würfel runtergekommen. Jetzt ist alles gut, ne? Oh, das ist schön. Ja. Und jetzt geht es wieder zu und wir beide sterben. Was passiert? Äh, da oben ist ein Würfel. Und das ist das, wo wir vorhin waren. Kannst du die Britsche, die kannst du, ne, die kann man nicht. Da kommen wir nicht ran, das ist schlecht. Da unten ist eine Britsche. Da muss ich von unten ran. Möchtest du nach unten, soll ich nach unten? Geh du nach unten, ich bleib mal hier oben. Wer möchte hier der Held von uns beiden sein? Wieso? Ich sag mal so. Wenn ich der bin, der irgendwie so die Nebenrolle hat, dann fühle ich mich immer wie Sam. Und eigentlich hat Sam ja gewonnen. Sam ist eigentlich der Winner. Ja, Sam ist auch nicht ganz so weinerlich wie, ne? Wie Monsieur. Warte mal, ich glaube, da müsste ich... Ähm. Ich hätte da jetzt... Ich weiß es nicht. ...s Portal einsetzen müssen. Dann kann... Ist halt die Frage, die man da jetzt nach oben kommt. Kannst du nochmal zurückgehen? Was? Also geh nochmal an eine sichere Stelle. Da war ja eine sichere Stelle. Äh. Ach so, nee. Ah doch, nee. Moment, das geht ja nicht. Mist, ich kann mir ja gar nicht die... Das Ding schnappen. Nee, das stimmt. Ich kann auch nicht da unten leider durchgehen, weil da Gitter sind. Sonst hätte man da vorne das... Ja, ja, also ich kann ja da und da, ne? Ich kann da, aber das Problem ist... Ah, doch, 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 das geht. Ich muss halt schnell sein. Um nicht zu sagen, nicht komplett ungeschickt. Ha, ha, oh. Ah. Das war... Da blieb mein Herz gerade mal eine halbe Sekunde stehen. Wobei, das macht es meistens. Und dann schlägt es wieder. So. Jetzt kannst du einfach runterhüpfen, denke ich mal, ne? Flops. Hallo, Flops. Mr. Flops ist ja jetzt unten offen. Komme ich da direkt hin? Ich glaube ja, du schaffst das. Ich glaube nicht. Ich komme wieder runter, ne? Ja, sehr gut. Jetzt muss der andere... Der andere Wirrwoh muss da noch hin. Ich glaube, den können wir direkt da hoch schießen. Der andere Wirrwoh? Ja, stimmt. Kadoings. Flick und Sieg. Oh, oh, oh. Miss. Möchtest du da hoch? Ich möchte da hoch. Du musst jetzt aufräumen. Okay, ich räume auf. Ich bin der Aufräumer. Aufräumen mit Vorurteilen, bitte. Also du musst Vorurteile haben und dann räumst du auf. Ja, okay. Ja. Hä? Wir sind noch nicht durch. Wir sind noch gar nicht durch. Bäh. Skandal. Mann, ey. Okay. Du musst schon wieder springen. Du fladderst. Fladder. Ich bin Mr. Fladder. Mr. Flodder. Kennst du noch die Flodders? Ja. Das war das Falsche. Aber hast du schön gemacht bis dahin. Danke. Danke. Man muss auch das Positive sehen. Dankeschön. Schwengel. Kommst du da unten durch? Ja. Du bist entstorben. Genau. Enttödlicht. Alter, es geht ja noch richtig weiter hier. Was? Es geht ja noch richtig weiter hier. Es ist ein riesengroß hier. Da oben ist der Ostgong. Oh, dann sind wir noch gar nicht so weit entfernt. Haben wir irgendwo eine Bridge oder sowas? Ich habe eine Bridge, yes. Oh, ist ja geil. Du willst schon da haben. Smack my Bridge ab. Ach, da hin. Grazie. So. Gehst du da hin? Genau. Oh, ich wäre fast gestorben gerade. Dann wärst du auch gestorben. Das wäre synchron sterben gewesen. Kannst du hier irgendwas machen? Äh, nee, das musst du da hinten machen. Wie auch immer das gehen soll. Achso. Äh, bleibst du stehen bitte? Ich bleibe stehen. Nee, dann gehst du noch einen Tick nach vorne, genau. Flops. Hihi. Uh. Das ist ja mal cool. Dann mach ich gleich da vorne noch eins. Chance. Dann drippelst du da, genau. Oha, müssen wir jetzt schnell sein? Nö, sieht nicht so aus. Nee, warte. Hä? Warum ist da? Was hast du davon? Das ist die Frage. Ach, hier die Fläche ist umgedreht. Die hier, die Fläche ist jetzt umgedreht. Ja, aber warum? Jetzt kann ich mir das nehmen. Nee. Da oben ist ein Gitter, ne? Ja, da oben ist ein Gitter. Schade. Ähm. Das hätte ich sonst gesagt, dass man da hoch kann. Äh, da hinten ist auch noch ne, hm. Stimmt, und das geht da oben hin. Aber das geht hier oben hin. Das heißt, ich sehe einen Schalter, aber ich komme dann so spontan nicht hin. Achso, okay. Hier ist noch, hast du irgendwo ein Quadrat? Also, warte mal, kann, 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 du hast doch da oben auch Flächen. Ja, ja, hier ist halt, äh. Warte, ich kann nach oben. Hier wäre ein Quadrat. Warte mal, warte mal. Wie, wo kannst du nach oben? Da ist auch ein Gitter vor. Achso, und da? Da ist auch ein Gitter vor. Auch, verdammt, okay. Ist alles vergittert hier. Auch vergittert? Auch vergittert. Weiß ich nicht. Ich, ich, ich sehe die nicht mal. Ich gucke halt, du stehst ja auf dem Gitter, deswegen gucke ich schon durch ein Gitter und deswegen sehe ich das Gitterend dann nicht mehr. Aber hast du irgendwo ein Quadrat gesehen an einem Knopf? Ähm. Nicht so, ne? Ich sehe überhaupt keinen Knopf mehr, ehrlich gesagt. Warte mal, wie können wir denn? Das ist mal komisch. Da ist noch irgendwas, aber ich weiß nicht. Kann ich nicht reingucken. Ja, da musst du ja, da kannst du ja nicht hin. Da ist ja zu. Wie komme ich ein Stückchen höher? Ich muss irgendwie ein Stückchen höher kommen. Ja, es wird so nicht gehen. Ähm. Achso, dass wir eine Treppe, die hier drauf führte. Wenn man denn führte, sprechen wollte. Ähm. Es wäre echt ganz cool, den Schalter zu haben hier für die Treppe, weil dann wären unsere alle Sorgen vorbei, vielleicht. Alle Sorgen vielleicht nicht, aber zumindest die, die hier bezogen auf die Karte sind. Da hinten ist halt ein Peter. Dafür muss ich da hin und da komme ich nur hin, wenn das hier aus ist. Geht das, können wir das hier überhaupt ausmachen? Ist da ein Zeichen irgendwo? Ich sehe das eins. Ich habe da eine Verbindung. Da ist doch überhaupt keine Verbindung. Ich sehe auch nichts. Aber es wäre, ich, hm. Meinst du, das geht nicht aus? Ähm. Warte mal, warte mal. Hast du da drinnen noch irgendwas gehabt? Zum, zum Setzen. Irgendeine Fläche. Sonst könnte man dich darüber bewegen. Nee, hier ist nichts mehr. Nix. Äh, auch sonst nix. Mir fällt gerade auf, dass da gibt es eine Verbindung zwischen uns. Sehe ich gerade. Nur so, damit ich es mal gesagt habe. Da oben und da. Da ist eine Verbindung quasi. Ja, ja, ja. Aber da komme ich auch nicht hin. Nee, nee, nee. Nur damit wir alles auf dem Schirm haben. Mesa, verschiehst du, kennst du? Ja, ja. Ja, ja, habe ich schon mal gehört. Du kommst durch diese blöde, blöde. Da komme ich nicht durch, nee. Genau. Es wäre halt schön, wenn man nach vorne irgendwas machen könnte, dass man dann da rüber geht und dann kannst du da hinten hin und dann ist super. Ja, ich frage mich halt noch immer, wofür die Fläche gut ist. Das ist die einzige Fläche, wo ich durchmarschieren kann. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten gibt es halt nirgends eine Fläche ohne Gitter. Doch. Da hinten. Dafür ist sie wahrscheinlich auch. Da hinten ist bei dem, bei dem, bei dem, bei der, wie hieß sie? Peter und? Dörte, ich weiß es nicht. Dörte, wie auch. Elfriede. Da könnte man dann die Elfriede hier hinsetzen, aber wie komme ich da hin? Das stimmt natürlich, aber ich habe keine Ahnung. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Wir haben den ersten Teil so gut gemeistert. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Ah. Das ist noch eine Fläche. Habe ich, na. Habe ich nicht so was vorhin vorgeschlagen gehabt? Nein. Ich habe aber, ich habe das aber gemeint. Ich habe das nur halt auf der anderen Seite geschaut. Ja, hier ist ein Viereck. Das ist, oh, das ist schön. Ich fühle mich sehr geäckt. Äh, gehst du an einen sicheren Ort bitte? Ich bin an einem sicheren Ort, ja. Sehr gut. Äh. Äh, oh, ein Schalter. Hurra. Vorsicht. Was ist das passiert mit dem Schalter? Da ist eine Fläche, die unbedingst ist. Ah, okay. Unbegittert. Ähm. Kannst du da irgendwie wieder wegkommen? Ja, das, äh, ist natürlich, äh, wäre sinnvoll. Da, nur rein. Ich habe den Peter. Äh. Ach, da ist Glas vor. Das ist schlecht. Mhm, mhm, mhm. Ähm. Kannst du, kannst du den Peter nochmal so setzen, wie du den... Nee, wobei, dann kriege ich ja den... Den Peter habe ich ja nicht gesetzt. Nee, nee, nee. Ich meine, die Bridge. Die Bridge, die musstest du da... Ja, ja, ja. Ich kriege halt dummerweise dann hier den Piefkind mit. Kannst du da an die Kante gehen? Dann, äh, kannst du dir die von da vorne nochmal holen. Du wirst dann leider gerade mal durch die Gegend schweben, so ein bisschen, glaube ich, oder? Ja, ich kann irgendwie auch das nicht auflösen hier. Nee. Soll ich? Ich überschreibe das mal für dich. Oh. Ah, danke. Sehr gut. Das hätte ich eigentlich direkt machen sollen. Ähm, gut. So. Äh. Jetzt ist die Frage. Ja, ich weiß nicht, ob das... Wenn das eine Frage ist, kannst du dich nochmal in Sicherheit stellen? Yup. Oder geht das? Ist das sinnvoll? Weiß ich nicht. Doch, doch, doch. Äh, du bist in Sicherheit. Mhm. You are safe. I am safe. Do, so. Kommst du da rüber? Und, nee. Nee, ich meine, kannst du da... Kannst du dir den Peter holen? Oder kannst du dir hinter den... Äh, ich meine, die Brücke... Kannst du hinter dir an die Wand klatschen? So wie eben auch. Ja, aber dann habe ich den Peter ja nicht mehr. Das stimmt. Den muss ich ja, denke ich, mal mitnehmen, ne? Oder, ähm... Boah, ist die Frage, wo der überhaupt hin muss. Ich meine, du musst ja irgendwie an Höhe gewinnen. Ich meine, ich kann erst mal wieder zurückkommen. Achso, hier oben ist ja jetzt offen, ne? Du kannst ja gucken... Achso, warte. Ach nee, du hast den Peter noch, ne? Ja, nee. Äh, achso. Nee, gut. Na, wir müssen halt irgendwo, wo eine offene Stelle ist, dass man dann direkt da hochgehen kann. Dann kann ich... Kannst du... Ich weiß nicht, ich kann ja nichts. Dein Portal, dein dunkelblaues, da hinsetzen, wo ein rotes ist. Ja. Danke. Hast du einen Plan? Achso, du kannst... Ach, hier ist ja auch noch immer. Hä? Du kannst dahingehend... Wo ist denn? Ja, wobei, was haben wir davon? Ach, da ist auch... Ja, warte mal. Ja. Mal gucken, ob wir irgendwas davon haben. Warte. So. Äh, bist du... Da ist die Verbindung zwischen uns. Anscheinend nicht so ganz. Mist. Wie bist du da unten hingekommen? Was war das? Was? Was war das? Was? Ja, das... Aber es ruckelt gerade mal hier bei dir. Du bewegst dich sehr, sehr schwo... Äh, stückhaft. Okay. Äh, wie du da unten hingekommst? Ach, hier oben ist auch noch was. Oh, guck mal. Äh, ich hätt... Hä? Äh, 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 äh... Ich hätte dich, glaub ich, hier hochholen... Nee, du... Äh, äh, hättest du den Peter... Den Anti-Peter halt mitnehmen müssen. Warten Sie mal kurz. Kann es sein, dass ich gerade nicht mit zu dir komme? Das war halt meine Frage, wie... Wie du da eigentlich... Wie wir da eigentlich hingekommen sind. Hier, über dieses Sprung-Ding. Kannst du nochmal... Achso, ja, kannst du nochmal zurückkommen hier, äh, da wo du hergekommen bist? Ich muss sterben, ne? Ne, ich glaube nicht. Doch. Nee, 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 nee. Komm hier nicht weg. Wie? Hä? Klar kommst du nicht hin? Hier zwischen ist ja... Nee. Zwischen ist, äh... Pampe, ich mein Zeug ist tot, Tödlichkeit. Ja, da bist du da hergekommen, oder? Hääääh! So. Häääh? Ja, da inzwischen war halt, äh, dieses Energiefeld nennt sich das, glaub ich. Nee, wobei, Tödlichkeit, Tödlichkeit ist das. Energiefeld ist das Blaue. Ja. So, wo bist du, wo hast du, wo sind wir eigentlich? Da musst du hin. Ja. Hallo. Achso. Hallo! Hey! Ist es richtig? Ja, du müsstest halt selbst da an der Fläche hinsetzen. Was? Wie sollte das gehen? Nee, wobei, ja, nee. Oh. Ja, doch. Cool. Voll der Skiller. Äh. Achso. Ach, du warst da unten. Ach, okay. Moment. Verstehe ich. Da. Da drückt er. Oh, drückt er. So, jetzt sind wir wieder hier. Das hast du gut beobachtet. Das ist ja schön. Naja, zum Teil hat das schon mal funktioniert. Ich kann da wieder rüber gehen. Wir haben ja schon mal ein paar Sachen freigeschaltet hier. Finde es ja schön, dass die Sachen auch anbleiben und das nicht wirklich um Timing geht. Ja. Verstehe. Ähm. Was ich meinte, was ich machen kann. Hier oben ist ja eine Flasche. Da kannst du dann gleich dir, ähm, Dingens ranwerfen. Wie heißt? Anti-Peter halt. Ja. Why? Ja, dann vorbei. Petra. Das ist Petra. Ach nee, das müssen wir später machen. Wollen wir das Petra nennen? Weiß ich nicht. Ähm, willst du da... Oh. Ich sollte dich vorwarnen vielleicht. Willst du da nochmal hin oder willst du da nochmal rüber? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich nehme mal ab hier. Oh. Wie viel? Oh, weiß ich noch nicht. So anderthalb Kilo. Gramm. Uh. So. Ähm. Ich glaube, also, hm. Was ist jetzt gerade unser Ziel? Ich weiß es auch nicht. Dass du wieder das, das, äh, Gewackel da mitnimmst. Also, ich könnte jetzt hier das Gewackel mitnehmen, aber dann habe ich kein, kein Portal mehr frei. Ja, das ist, äh... Das ist halt ein bisschen... Ähm, ja, ist halt die Frage, wie man das dann genau macht. Wie willst du überhaupt, du kannst, kannst du hier zu mir kommen, mittels Verbindung da hinten? Was war das? Ging das? Da. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, ja, ja, ja. Halt, stopp. Ich meine, hier ist ja jetzt offen, das hat ja schon irgendeinen Sinn wahrscheinlich. Hier, ich kann doch jetzt hier reinspringen. Ach, da ist auch noch was. Dann kannst du mir da die Britschen setzen. Ja, aber natürlich kann ich das. Komme ich hier rüber? So. Dann kannst du, kannst du da hin. Ja, so. Ist das passend? Ja, ist das passend. Nicht, dass du stirbst. Nein. Ui, genau in die Mitte. Und jetzt bin ich hier. Kannst du dich da hochschieben? Jetzt kann ich nach oben. Jetzt kann ich hoch. Das ist doch schön, dann sind wir gleich durch. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich habe voll den Masterplan gerade. Plümpel, plümpel. Oh, ich bin Masterplan. Okay. Gehst du da hoch? Ja. Auf der Treppe. Auf der, auf der, auf der Treppe. Bitte? Ja, ne, komm rüber. Kommen Sie rüber. Oh, Black. Nein. Bist du noch da? Bin ich noch da? Hallo? Du bist noch da, ja. Leckst du? Hallo? Hallo? Jetzt bin ich wieder da. Was war das denn? Ich weiß es nicht. Ein kurzer Disconnect, möchte ich meinen. Du hast einen Disconnect? Ja. Voll abgedanced gerade. Jo. So, und zwar, ähm, da machst du deine, machst du Petra hin. Marik. Warum können wir da hochschweben? Laaaaaa. Laaaaaa. Ta-da-da-da-da-da-da. Ups. Yay. Yay. Haben wir es echt geschafft. Das ist nicht zu fassen. Und das unter drei Tage Spielzeit. Sag mal so, ey. Das können auch nicht viele. Nee. Ist aber immer noch nur eine Folge. Von daher, hm. Hm. So Mist war das keine Effizienz. Wir teilen das einfach in fünf Minuten Parts auf, dann haben wir für die nächste Woche was. Ah, ja, sehr gut. Da werden sich Leute bestimmt freuen. Vorbei. Ja, ist okay. Nee, wir machen eine Folge draus. Es sei denn, wir reden jetzt noch zehn Minuten. Was hast du so letztes Wochenende gemacht? Ach nee, ist ganz so spannend. Letztes Wochenende. Ich stelle mich mal rein. Ich auch. Jetzt will ich doch nicht. Haaaaa. Och Mann. Voll lame, ey. Was ist denn das? Das ist alles kaputt. Das geht überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Ja, Mann. Das ist so ein Magnet, ey. Ich bin immer rausgeschubst. Das ist ja furchtbar. Guck mal, wir haben das Timing nicht mehr hinbekommen. Naja, das ist das halt so ein bisschen. Mist. Nein. Ja, ich war zu früh. Das war mit Absicht. Haha, lustig. So, Daumen nach oben. Es war tatsächlich lustig. Ich hatte Spaß. Ja. Und darum geht es mir hier. Mehr als den Rest der Folge. Nein. Nein. Natürlich nicht. Ich würde es dir nie zugeben. Nein. Dr. Föli. Ich nenne ihn jetzt so. Das ist französisch. Föli. Dr. Föli. Föli, glaube ich, würde es aber ausgesprochen werden, ne? Ach stimmt. A oder O ausgesprochen, oder? Dr. Föli heißt der jetzt. Dr. Föli. Oh, ey. Dr. Föli. Dr. Föli. Ja. Es war wieder einmal eine Wolle. Es war wieder einmal sensationell. Ich hatte sehr viel, viel Spaß. Jetzt haben wir dieses Kapitel des Hakuna Matatas auch abgeschlossen. Ja, es gibt noch ungefähr 500 weitere Folgen davon. Achso, okay. Dann haben wir das Kapitel noch nicht abgeschlossen. Ja. Mal gucken, wann wir damit weitermachen. Ich glaube nicht das nächste Mal. Obwohl die gut sind. Wir werden sehen. Das stimmt tatsächlich. Sie sind tatsächlich gut. Wir sehen uns hoffentlich morgen hier im Portal. Ja. Solange nichts eine Rechnung durchstreicht. Ja. Was? Was? Ich... Du streichst auch immer Rechnung durch, ne? Du bist mal durch. Ja, immer wenn die Rechnung kommt, wenn ich im Restaurant sitze oder so, streiche ich einfach durch und gebe die zurück. Genau. Das war alles falsch. Rest ist Trinkgeld. Ja, genau. Tschüss. Tschüss.